Du wirst bereuen, dass du mich hereinlegen wolltest. Du wirst meine Rätsel lösen und meine Trophäen sammeln. Du willst es vielleicht nicht, aber du musst. Es ist eine Frage von Leben und Tod. Okay, was haben wir denn hier noch? Wayne Tech. Okay. Batsuit, Ausrüstung, Kampf. Das heißt, das ist alles, was wir momentan schon können. Hier steht neu. Sammle EP. Aha, okay. Nun gut, Catwoman ist alles gesperrt. Catwoman hätte man sich ganz am Anfang mit einem Key freischalten können, oder konnte man sich freischalten. Aber wir wollen doch Batman spielen. Was ist das? Bad Computer da. Da haben wir einmal Batman. Darkroom City Geschichten. Das wird wahrscheinlich so ein Infopoint sein. Hast du den? Ja. Alfred. So, was haben wir hier oben noch? Ah, die Map. Okay. Können wir hier zoomen? Ja. Wegmarken setzen. Das könnte noch sehr praktisch werden. Ja, ist ja jetzt schon mal relativ groß. Bin mal gespannt, ob hier... Hier ist Kartenende. Geht's noch weiter nach unten? Auch nicht. Okay, dann ist das die Map hier. Oder es wird noch was dazu geschaltet. Aber warten wir es ab. Gehen wir doch einfach erstmal Rette Catwoman vor Two-Face und Finde und Betrete das Gerichtsgebäude. Also ab zum Gerichtsgebäude. Der grüne Marker im oberen Bild zeigt uns, wo wir hin müssen. Die ganzen guten Sachen da drinnen abgehen. Mach einfach, was Two-Face sagt. Ja, bring ihn bloß nicht dazu, die Münze zu werfen. Wenn die falsche Seite oben landet, bist du ruckzuck erledigt. Okay. Ähm. Genau wie Bailey. Sollen wir sie angreifen? Two-Face hat ihn auf so eine riesige Industriesäge gelegt und sauber halbiert. Du machst Witsche? Von wegen. Wir mussten den Scheiß danach sauber machen. Hast du mal gesehen, was aus einem rauskommt, wenn man zerteilt wird? Nein, habe ich nicht. Na lecker. Wenn wir sie angreifen, haben wir den Vorteil, dass wir dafür EP bekommen. Der Nachteil ist, wir kriegen auf die Fresse. Es sei denn, wir sind einfach Ultras. Bam. Ding, 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 ding. Boah, das ist ja ein perfekter Kampf. Aber das soll man ja nicht sagen, weil direkt danach geht es nämlich immer in die Hose. Ja. Diese Bewegungen kommen so echt rüber. Das ist einfach geil. Macht einfach nur Fun. Und er... Oh, da war der erste Schlag, den wir einstecken mussten. Die Kampfbewegungen und Kampfanimationen sind sogar situationsabhängig. Na, da habe ich doch aber gerückt. Die Kampfanimationen sind sogar immer situationsspezifisch. Das heißt, er reagiert unterschiedlich, je nachdem, wo derjenige steht, den er kontert und wie viele es sind. Aber das werden wir alles noch sehen. Das ist das Gebäude von Two-Face. Wir erkennen, dass selbst das Gebäude hat Two-Faces. Dann gehen wir doch mal rein. Ja. Two-Faces. Na nun, wo sind denn alle? Da, da. Na, wen haben wir denn da? An diesem Ort kann man nur überleben, wenn man sich ein wenig Respekt verschafft. Oh, nicht. Sie verschafft uns diesen Respekt. Zeigt Ihnen, wie die Dinge bei uns laufen. Doch wir sollten fair sein. Das ist immerhin ein Ort des Gesetzes, nicht wahr? Schreibt aufs Gesetz. Töte sie und alle fürchten uns. Vorherrn, auch für die Angeklagte. Du verstehst es echt, ein Mädchen hängen zu lassen, Harvey. Ihr hört immer einen coolen Spruch auf den Lippen. Das war dafür, dass du uns bestohlen hast. Niemand bestiehlt uns. Tut mir leid, ich war ein böses Kätzchen. Bind mich los. Ich verspreche dir, ich mach's wieder gut. Mal sehen, ob die Münze glaubt, dass du die Wahrheit sagst. Wahrheit. Das Gericht tagt jetzt. Okay. Aber die braucht doch eigentlich die Säure gar nicht zu fürchten mit ihrer Badekappe. Was soll denn passieren? So, wir müssen ihr helfen. Ich muss den Kerl mit der Kanone ausschalten. Wenn der weg ist, ist der Rest im Raum ein Kinderspiel. Okay. Neue Gesichter für die Gäste. Hm. Heute stellen wir jeden von euch vor die Wahl seines Lebens. Ich glaube, wenn wir jetzt da runter springen. Oho. Das könnte nach hinten losgehen. Um eine neue Macht in Arkham zu werden. Und diesen Ort für uns in Besitz zu nehmen. Wenn der Clown stirbt... Das ist Batman. Das ist Batman. Ja, er läuft nur. Weicheier. So, fangen wir mit dem Gleittritt an. Ah. Und drauf auf die Guten. Oh, er schießt mit der Pistole. Also, immer in Bewegung bleiben. In der Hoffnung, dass er uns nicht trifft. Oh, oh, oh. Der hat uns erwischt. Kümmer dich nicht um mich, Batman. Ich warte hier, bis du fertig bist. Ah, ja. Bin gleich fertig. Oh, der Verknall. Ihr werdet mich niemals besiegen. Oh. Das ist ein netter Effekt. Er interagiert sogar mit Umgebungsgegenständen. Das ist natürlich sehr cool. Ah. Bam. Oh, verdammt. Aber hätte er die Münze jetzt noch auf seinen anderen Arm gehauen, wie man das eigentlich macht, wäre es die andere Seite gewesen. Das hier wird ganz schön wehtun. Ich hab noch eine Duschlöppe. Und ich hab immer gedacht, Katzen hätten neuen Leben. Uh. Das geht doch nicht. Der ist doch Two-Face. Dann würde sein Gesicht noch zu einer Einheit verschmelzen. Kommt zum Kätzchen. Come to Kitty. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du voller Überraschungen steckst? Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen, Selina. Ja, und wie? Ich glaube, ich hab mir vorhin einen Nagel abgebrochen. Sehr lustig. Und was willst du, Mr. Detective? Protokoll 10. Was weißt du darüber, Selina? Nie davon gehört. Das hilft mir nicht weiter. Was ist mit Strange? Ich trau ihm nichts. Erst war er jahrelang verschwunden, dann taucht er wieder auf und man macht ihn zum Chef von Arkham City. Er arbeitet angeblich mit Joker zusammen und hat sich etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht. Vielleicht ist das Protokoll 10. Der ist so geil, der Typ. Der erste Zirksstaatsanwalt sagte was für uns zum Teufel. Wir sehen uns bald, Benz. Diese Lache ist so gut gelungen. Hier ist es ja richtig gefährlich. Ist ja großartig. Erwartest du einen Kuss? Nein, eher weniger. Du bist hier nicht sicher. Niemand ist das. Neuen Leben schon vergessen? Tja, und schon ist sie weg. Die Katzenfrau. Ich muss herausfinden, wo die Kugel in den Gerichtssaal eingedrungen und eingeschlagen ist. LB antippen für den Beweisscanner. Das nenne ich mal geile Technik. LB antippen für den Beweisscanner. Und auch ein Kind. LB antippen für den die Weinen. Niemand. LB antippen für den Traum. solltest du sein und steht nur das schicksal im weg wenn die münze ihre entscheidung fällt dann stirbst du ja du siehst aus als wärst du in der position das sagen zu können okay na dann fang doch mal an ich glaube ich hier ging es jetzt raus vorne war nix mehr und november der rest 31 ist doch klar außerhalb der februar er hat 28 an sich im schaltjahr auch mal 29 länder mann wirst du mir dabei helfen zu danken batman du musst für so vieles dankbar sein wer wird beim erntedank fest die rede halten wirst du mir dabei helfen zu danken batman okay du musst für so vieles dankbar sein kalender mann dahinten haben wir eines von rillers rätseln brilla hat in der ganzen wild rätsel versteckt 30 tage aber wie kommen wir dahin bloß weiter mehr als 31 keiner erscheint ja kommt ohne zu verzachten alle vier jahre kommen zu 28 1 dazu so der typ hat das prinzip auf jeden fall verstanden vielleicht kommen wir da auch noch gar nicht rein einfach ich sehe jetzt keinen direkten weg nun gut verlassen wir diesen ort der schmach das reich von kalendermann ich glaube nicht dass wir uns gehört haben okay ich kann nicht glauben dass wir immer noch draußen sind gut das grüne zeichen zeigt in diese richtung in diese richtung ein pferd auf einer säule und ein helikopter ihr solltet aufbauen da ist das bett symbol da müssen wir hin oder oben ist wieder sondern allerdings war auch nur eins ich glaube davon gibt es aufgegangen sind die drei proleten das ist noch ein symbol hier geht eine bahn lang noch da die bad claw Oh yeah! Wann war das? Ich habe ihn seit Monaten nicht gesehen. Ich auch nicht. So wie ich das sehe, wird das hier nach dem Ableben von Joy an Kriegsgebiet. Und wenn es so weit ist, laufe ich zum Pinguin über. Hm. Okay. Wie können wir die denn abschießen? Das ist wahrscheinlich zu weit weg. Oh ne. Tatsächlich.